Mehr Kontrolle über die eigenen Daten, mehr Schutz vor Datenmissbrauch, das versucht die EU-Kommission seit mittlerweile anderthalb Jahren mit einer weitreichenden Verordnung durchzusetzen. Aber in diesem Fall mahlen die Mühlen besonders langsam. Das ist zum einen so, weil die Verordnung in allen EU-Ländern gleich gelten soll, also gibt es da viel zu besprechen. Das könnte zum anderen aber auch daran liegen, dass Lobbyverbände und Interessengruppen sich besonders ins Zeug legen, um eine allzu scharfe Datenschutzregelung zu verhindern. Ein Kongress in Barcelona. Hier verleiht ein Lobbyverband, der sich als Stimme der digitalen Wirtschaft sieht, einen Preis. Ausgerechnet an Sean Kelly, einen einflussreichen Europaabgeordneten, der zurzeit über neue, strengere Datenschutzgesetze für Europa verhandelt. Kelly sieht die Kritik daran als Kampagne. Im EU-Parlament wird hart um das Gesetzespaket gerungen. Mehr als 4000 Änderungswünsche haben Abgeordnete eingereicht. Und genau diese Anträge haben der Journalist Richard Gutjahr und die weiteren Macher des Projektes Lobbyplug analysiert. Wir haben eine Datenbank gebaut, mit der man jetzt schön ablesen kann, von zu Hause aus, welcher EU-Abgeordnete sich für mehr Datenschutz stark macht und wer den Datenschutz in Europa eher abschwächen möchte. Besonders schlecht kommt dabei neben Sean Kelly der deutsche CDU-Abgeordnete Axel Voss weg. Er selbst sagt, er suche die Balance zwischen den Interessen der Bürger und der Unternehmen. Lobbyplug sieht bei ihm zahlenmäßig überwiegend Anträge, die für weniger Datenschutz sorgen könnten. Zum einen ist das natürlich eine subjektive Analyse von Lobbyplug. Wenn es ihnen Spaß macht, sollen sie das machen. Die Stellung von Änderungsanträgen unterliegt auch durchaus taktischen Maßnahmen, wo man nicht immer das, was man wirklich möchte, eigentlich dort auch so hineingibt. Sie hat das neue Gesetzespaket vor 18 Monaten angestoßen. EU-Kommissarin Vivian Reding diskutierte heute in Luxemburg mit Europas Justizministern. Danach wettert sie gegen eine Gruppe von Ländern, die aus dem Diskutieren nicht mehr rauskämen. Deutschland gehört zu den Ländern.